Hallo, das ist Six-Year-Sybillion. Noch eine Original-Verpackung. Wir packen es von aus. Man sieht das Gehäuse auf Edelmetall, ganz stark. Hinten ist extra so ein Papierding. Das kann man so machen. Geht das HZ auf. Das riecht gut. Nach Obst. Im Haus. Ach, Mann. Mach doch. Sandy, warum machst du die Tür auf? So, wir müssen die Tür auf. Äh, was ist da los? Das war's. Danke fürs Zusehen. Euer Insane. Ich spreche gerade vom neuen Mikrofon nur zur Information. Mehr Infos unter www.gur.de Monkey! Hi. Hi. Was sagen wir mal? Was? Oh nein. Nichts. Eherlltes. Da kann man das mal auszulازen. Na die Tür auf, wenn ich das mal auszulازende. Das ist so schön.